Was geht ab YouTube? Herzlich willkommen hier wieder auf meinem Kanal und wir befinden uns immer noch im Hashtag HALFZEMBER und heute haben wir Ehrengäste Chris B.Raw, Dima und Spendi. Robin hinter der Kamera hat ein bisschen gegoogelt, ja, deswegen die Angaben sind eventuell nicht korrekt. In Google steht auch, dass ich 31 bin, aber nein, ich bin nicht 31. Sie meinen, dass du ein 31 bist? Ich bin 20. Wir erraten heute das Alter von ein paar YouTuber. Du hast 8, 9 YouTuber rausgesucht und wir müssen das Alter erraten. Ist ganz logisch. Wie alt ist German Let's Play? Tschüss, Alter. Warum weißt du noch wieder aus? German Let's Play. Schwer, das ist wirklich nie sehr fies von dir. Äh, ich glaub nur... 24. Boah, Scheiße, wo bin ich denn? 3,13. Sie werden doch Wahnsinn. Ich kenne den nicht. Also nein, guck mal. Meine Theorie war, der hat ja mit Haddel damals viel gemacht. Ja. Und Haddel ist jünger als ich. Das heißt, die müssten... Vielleicht sind die so... Johannes Fels, Alter. Er ist eh nicht lang dabei. Er ist richtig lang dabei. 8 oder 10 Jahre mindestens. Aber der trägt eine Maske. Der kann auch schon seitdem er 10 ist YouTuber. Ja genau, aber seine Stimme war schon immer ein bisschen älter. Seit 10 Jahren kann ja auch sein, dass er mit 20 angefangen hat, oder? 23. Okay. Ja, das sind zwei richtige... Warte, warte! Jetzt müsst ihr es zwischen. Wer verliert? Der Gewinner darf... Es ist nicht mein Spiel. Es ist nicht mein Spiel. Es ist nicht mein Spiel. Ohhhh! Jetzt hast du entscheiden, ob er runter geht oder hoch. Ja, du gehst natürlich runter. Och, hätte ich gesagt. 27 ist er. Boah, der hat doch trotzdem gewonnen. Jaaaaaaah! Alle sind vorgeschlagen, Herr Lando. Ich habe gesagt, das ist mein Spiel, Leute. Wir haben jetzt einen Katja. Krass ein bisschen. Ja, aber die ist wahrscheinlich... Der kennt die Persönliche. Ja, aber ich habe sie nicht nach dem Alter gefragt. Als wir im Bett waren. 3, 2, 1... Was macht ihr? 24. 23. 25. Also, ihr zwei kommen von... Krass! Beieinander, ne? Also, ich glaube, eine Punktlandung auf jeden Fall. Genau. Dann Dima oder ich. Die ist 23. Jaaaa! Natürlich! Wie alt ist denn Paluten? Paluten? Oh, das ist eine verdammt gute Frage. Ich war schon vom letzten Mal. Er war letztes Mal dabei bei meinem Video. Ist er alt? Ja, natürlich. Ich höre nicht. Oh mein Gott! Warum bin ich so schlecht? Ey, 32? Niemals! Wie hast du? Ich habe 29. Ich habe 26. 25. Ich weiß nur, vom letzten Mal rede ich im Kommentar, er ist älter als man denkt. Und das hatte ich noch im Kopf. Er ist 31. Niemals! Niemals! Bin ich das? Bin ich das? Oh, der ist nicht so. Ja! Echt? Ja, der ist nicht so jung. 31? Ja, ich auch! Der sieht niemals so aus. Was habe ich gesagt? Das ist mein Spiel! Wie alt ist Yvlali? Ich dachte, du weißt doch, du hast eine Google drauf. Yvlali. 21. Schade! Wie alt ist denn Sarah Sam? Hä? Beste? Beste? Beste Scheiße! Doch, der hat ja damals mit Gronkh auch viel gemacht. Der ist DJ mittlerweile. Ich hab was. 3, 2, 1. 33? 31. Weil der Gronkh gesagt hat, bin ich so viel genug. Weißt du das sicher? Eine Punktlandung gab's wieder. Hier. Da kommen die Spelli. Ja! Ich kenne mich. Ich mache mich auf die Punktlandung. Alle Angaben ohne Gewehr. Ungelögt! Ich bin mir sicher! Wie alt ist Guckensohne? Tschö! Das ist schwer. Das weiß man nicht. 3, 2, 1. 21. 21. 22. Oh, beide 21. Wer schnickt? Und die beiden 22. Die 21er schnicken mal bitte. Puh! Ja, dann ist es 21. Schnick. Schnuck. Ja! Dann geh ich, glaub ich, runter. Ja, dann hab ich gewonnen. Ja. Außer erst 21. Erst 21. Erst 20. Ja! Das war doch logisch. Ihr habt noch 22. Und das sagt, 21 hat man anzuschlicken. Das heißt, entweder 20 oder 21. Prima! Dankeschön! Ich hab echt keinen Namen wie alten Meister. Ist auch egal. Das Alter spielt keine Rolle. Oder Leute? Schreib's in die Kommentare. Würde ich auch sagen. Boah! 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 Okay, das müsste jetzt einfach sein. Wir alles hängen, Moritz. Oh, du weißt es. Boah! Ich wusste es. Ich weiß es nicht. Jetzt weiß es nicht. Jetzt ist er schon 18. Ja, das sehe ich, ne? 3, 2, 1. 17. 18. Ich wollte auch 17. So, schreckt er ab. 18. Ich glaub, er ist 17. Ich glaub auch 17. Es gab eine Punktlandung. Dima! 17! Jaaaa! Dima, wir haben glaub beide 3. Eigentlich hab ich nicht 4, aber ich hab die eigentlich 4. Auch er ein guter Ball, dass du weißt. Komm Rob, ich glaub an dich. Die ist für dich. Wie alt ist Melanie Sophie? Wer ist das denn jetzt? Melanie? Wie alt ist Melanie? Melanie Sophie? Ich hab was. 23. 23. 24. Wie schon wieder? Oh oh, was hast du? 32. Hände Arsch! Muss los, oder? Bro, der macht nichts Haarvermauschen. Nein, der gibt's auch schon ewig. Der macht schon seit 7 Jahren. Der macht schon seit 7 Jahren. Der macht schon seit 7 Jahren. Aber der macht auch sauviel Sport. Das heißt, guck dir mal halt den Klum an. Jetzt müssen 3 Leute auf jeden Fall mal schnicken. Weil ihr seid alle ziemlich nah dran. Wir sind also alle 1 davon entfernt. Also zu 24. Ist schon klar. Ja, aber deswegen müssen wir ja schnicken. Und es ist wirklich Melina Sophie. Ja. Du hast direkt einen Melina. Schlick, schnack, schnack. Nein, ich hab's. Wir beide. Ja! Raphael! Was machst du? Du gehst ein hoch. Hattest du 23? Ne, 25 hat's noch nicht. Ich dachte auch, du hast 23. Ey, du bist mein nicht. Nies mein nicht. Nies mein nicht. Okay. Michael. Punkt für dich. Ja. Sie ist 24, ja. Lima, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Danke. So, liebe Freunde. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut bei den Jungs vorbei. Und wir sehen uns morgen wieder. Gottheim. Ciao.